What geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Anno 1800 Quick-Tipp! Öl abtransportieren und das Ganze ohne Schienen zu bauen? Ihr wisst ja vielleicht, Öl braucht man, um seine Bevölkerung zufriedenzustellen oder aber um seine Produktion zu boosten. Und in der Regel muss man ja dann immer solche aufwendig komplexe Schienensysteme mit zwei Schienen über längere Strecken bauen. Das muss aber gar nicht sein, denn wenn ihr das DLC Land der Löwen besitzt, habt ihr das Forschungsinstitut und könnt ja Ölquellen mithilfe einer Naturbeherrschung einfach verschieben. Naja und dann sieht das einfach so aus wie bei mir hier in der neuen Welt. Ihr schiebt die alle irgendwo an den Rand, an den Hafen, baut euren Ölhafen und direkt da dran, ohne eine einzige Verbindungsschiene, baut ihr die Ölraffinerie und habt super kurze Wege, um euer Öl abzutransportieren. Müsst nicht lange warten und verschwendet keinen Platz mit Schienensystem. Probiert's mal aus, bis zum nächsten Mal, euer Heinz. Ciao.